Hallo liebe WSV Fans, mein Name ist Daniel Gataric. Ich befinde mich hier vom Stadion am Zoo in Wuppertal und ich möchte euch erstmal recht herzlich zur Weihnachtszeit begrüßen und möchte euch einmal das Innenleben des Stadions zeigen und mal schauen, was Dalibo so macht. Einmal mir folgen. So, wir finden uns hier in den Katakomben. Jetzt geht's gleich ab in die Kabine. So, mir nach. Dali, Dali, bist du wach? Komm, schmierfängig an, komm. Ja, um die Mittagspause zu überbrücken, gibt's noch vor dem Training ein kurzes Mittagsschläfchen und die eignet sich am besten in der WSV Bettwäsche. Die WSV Bettwäsche ist erhältlich am 22. Dezember zu einem Sonderpreis von 39,95 in der Rathausgalerie in Wuppertal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017